Dass wir diese Rosinen aus den einzelnen Anlagenbauern rauspicken können. Sie haben den Status der Leistung der Leistung. Natürlich sind wir sehr lange gemeinsam unterwegs und sehr freundschaftlich miteinander verbunden. Deswegen versteht man sich. Sie wissen genau unsere Objektivität. Sie haben eine sehr Erfahrung mit dem Design, die sehr gut geholfen haben. Wenn es ein Herausforderer ist, dann immer wir die Herausforderer. Also, sie haben eine Lösung, mit der besten Qualität für uns, mit dem Ort, und auch mit der Herausforderungen, die wir vorbereitet haben. Mit der technischen Unterstützung von SIDEL, mit einem sehr kompeten und sehr responsiv damit die Maschinen mögliche zu machen, mit einem sehr kurzen Projekten. Das Projekt selber hat insgesamt eine Dauer alleine bei der Abfallanlage von einem Jahr als Forecaster ungefähr. Und wir sind jetzt nach acht Monaten aber schon in einer sehr, sehr hohen Auslastungsquote. Die Ergebnisse sprechen für sich selbst. Wenn man vier Wochen, nach dem ersten Scanning starten, mit drei Schiffen, mit einem guten OPI-Level, bedeutet das, dass die Arbeit gut gemacht hat. Und wir sind jetzt in der Zeit, mit einem guten OPI-Level, mit einem guten OPI-Level, mit einem guten OPI-Level, mit einem guten OPI-Level. Abfallanlage von SIDEL